All diese Fragen, all diese Fragen, all diese Fragen. Crazy Johnny Tiger, warum ist es um dich so ruhig geworden? Crazy Johnny Tiger, hey, was ist mit Rob Cage? Crazy Johnny Tiger, was ist mit DNS Evolution? Crazy Johnny Tiger, wann drehst du endlich One Night in Alpha? Crazy Johnny Tiger, komm schon. So viele Fragen, so viele Fragen. Hey, hey, nur eine Antwort, nur eine Antwort. 16. Mai 2015, DWA Hard Knocks 2, wir sind dabei. Und zwar Battle Royale, Battle Royale und die Nummer 1 Herausforderung für den DWA European Title. Wow, Crazy Johnny Tiger ist dabei. Auf dem Weg dahin, dass ich mir den Sieg hole und alles aus dem Ring befreude, steht da nur einer im Weg, der wirklich, ich sag mal, Großhaar bocken ist. Big Jaws, Big Jaws, du warst derjenige, der bei der letzten Hallenheit gegen Dominic Kins angetreten ist, der ihn so weit vernichtet hat, dass er nicht mehr in den Ring steigen kann. Dass er seine Karriere, bevor sie begonnen hat, an den Nagel hängen musste. Big Jaws, ich werde meinen Schüler rächen. Ich werde dich vernichten. Und dann, dritte Seil nach draußen, DWA, European Number One Contender. Das bin ich, Crazy Johnny Tiger. Wir sehen uns am Samstag.